Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Jörg Mängel Friseure. Ich darf euch die Lara vorstellen. Fünfeinhalb Stunden ist sie im Auto gesessen, weil sie auch Locken haben möchte. Sie hat auch YouTube gesehen, so wie ihr. Und es gibt eine tolle Spiralwelle. Bleibt dabei, wenn ihr Lust habt, schaut zu und los geht's. Und es gibt eine tolle Spiralwelle. Und es gibt eine tolle Spiralwelle. Und es gibt eine tolle Spiralwelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir zeigen es dir erstmal von der Seite. Ja. Ihr seid schon dabei, oder? Und die Lara ist ein bisschen nervös? Ja. Ja. Okay. Das ist super. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir es so. Nimm mal die Spiegel. Dann dreh ich dich so ein Stückchen. Ja. So. Du musst dir vorrutschen, dass du dann auch im Bild bist. Ja. Ja. Okay. Dann. Viel Spaß. Ja. 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 Das ist echt richtig heftig geworden. Wie geil. Das ist richtig cool. Hammer wirklich. Du bist begeistert. Ja. Mega. Total geil. Auch mit meiner Farbe noch. Hammer. Und wie fassen Sie sich an? Sag es. Richtig schön. Sie fassen sich so an. Also besser als vorher tatsächlich. Ja. Finde ich auch. Wie geil ist das denn? Genau. Genieß es einfach. Gibt es mir das klingt? Also das ist ja wirklich richtig geil. Hammer. Toll. Dann stell dich doch mal neben mich. Wirklich richtig. Ja. Freunde. Ihr wart dabei. Seid wieder einmal Zeuge. Jetzt gibt es noch zwei, drei Sachen, die ich da noch sagen muss. Und zwar ist es tatsächlich so. Die Lara hat die Haare gefärbt gehabt und sie hat auch Strähnchen drin. Jetzt guckt euch das an. Seht ihr das? Die glänzen bis in die Spitze. Sie sagt auch selbst, sie fassen sich ganz toll an. Sag es nochmal. Ja. Echt richtig schön. Und was ganz spannend ist, ich sage es einfach nur mal so. Sie war bei wieviel Friseuren? Sechs circa. Bei sechs Friseuren bei sich zu Hause und hat um Locken nachgefragt. Und alle haben gesagt, das geht nicht. So sieht es aus, wenn es nicht geht. Ja. Du fährst jetzt wieder fünfeinhalb Stunden nach Hause? War bloß vorsichtig. Es wird jetzt dunkel draußen. Bei euch bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne Kommentar und ein Like. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020